Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft und ich habe ein Problem. Ich verstehe das nicht, das ist doch scheiße. Was mache ich denn jetzt? Luger, das funktioniert hier alles nicht so wie es soll. Wenn du dumm bist oder so. Weil ich dumm bin, genau. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Schreib mich das so an. Ja, du hast es doch genauso. Du hast eine Pumpe, da drin in der Tank und daneben Jungloh oder was. Kann sein, ja. Ja, wie kann sein? Denk doch mal nach, Junge. Wahrscheinlich wie letztes Mal auch. Ich frage dich irgendwas so, ja, ja, dann baue ich es und dann achte, nee, ist falsch. Okay. Okay. Tut mir leid. Ja, weil der Endertank ist jetzt schon wieder alle, also ich krieg's kotzen. Nee, passt schon, geht auch ohne. My small, Alter. Stell dich mal glatt an, vielleicht gibt's dann. Was? Stell dich mal glatt an. Und dann gleich, gleich, aber echt Feierabend. Gleich will Nico zum Hulk. Ja, vor allen Dingen, hier läuft gerade auch noch Hyper Hyper im Radio, hab ich gar keinen Bock. Hyper, Hyper! Das erinnert an eine gewisse Persönlichkeit. Was hast du nicht sagen dürfen, Nico? Das erinnert mich jetzt an ein Projekt, was nie gesendet wurde. Oh, nee. Nimo. Erinnert mich. Ey, was für ein Projekt. Da war's. Da war's doch dabei. Achso, ja. Mann. Wo du mit Chris zusammen. Ja, vor Season 1. Doch, du hast es mit Chris zusammen gemacht. Ja. Wurde das überhaupt ausgesprallt? Nein, hab ich doch gerade. Hör doch zu, Alter. Oh, der Kopf. Wieso soll ich jetzt schon wieder zuhören? Das ist doch schon wieder ungefähr. Alter, als Maul, Mann. Immer bin ich derjenige, der zuhört. Nein, aber du machst meistens andere fertig, dass sie nicht zuhören würden. Ja, wenn die nicht zuhören, haben sie auch selber Schuld. Alter. Bist du irgendwie verschnupft oder so? Nee, bist du irgendwie verschnupft oder was? Nö. Kannst du mir eine ganze Rotze im Kopf hängen oder was? Geil. Ihr hört hier doch auch so komisch, oder nicht? Ja. Der hört sich gerade mega komisch an. Ja, also. Warte, ich zauber mal. Geil, Mann, aber... Besser? Besser. Es hat den Nico erwischt. Es hat den Nico erwischt. Können wir mal eines sagen, warum hier Gobbelst du und durchkommt? Kann mir mal jemand sagen, warum hier die Kiste voll ist? Luca, was soll ich tun? In Lothree Diamant, normale Diamant, Spackschätzt hier rein und dann geht's auch schon raus. Ich geh nur kurz kacken. Nein! Alter, hier ist immer noch... Mann! Warte, unten. Ey, was ist eigentlich die Cheetah-Kiste für'n Scheiß? Na echt mal, die arbeitet voll langsam. Nein, ich drück auf den Diamanten und der macht jetzt aus Diamanten Kohle. Ich wollte eigentlich aus dem Diamanten was, äh, die Diamanten machen. Nicht cheaten. Jetzt kann ich nochmal einen Diamanten machen, Alter. Ich hab, ich hab doch gar nicht mehr... Papa! Jetzt muss ich wieder Flint's craften. Flint's craften. Obwohl, die kann ich mir jetzt auch mit der Cheetah-Kiste machen. Ja, was? Ja, so kann ich schon gar nicht denken hier, weißt du? Das ist schwierig. Du lugen, ne? Das kann erst mal um, um, platziert werden. Ach. Einmal. Klick, 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 klick. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more. MFE hab ich, da muss ich die Kacke bauen. Boah, das kostet schon wieder so viel Geld. Ich lagere jetzt erst mal die, die Sachen dazwischen. Oder ich mach die Kiste einfach mit und baue sie nach da hinten. Ach, die ist fertig. Deswegen macht die nix mehr. Du bist ja blöd, weil... Oh, mir ist hier Saftauverleitung, ich hab doch ausgemacht. Oh, dat wird n' Spaß, ey. Oh, ne Witze, aber warum ist da Saftauverleitung? Oh, 6 mal 10 sind 60, jetzt hab ich ein Steak-Iron verkraftet. So, wer pumpt hier? Keiner pumpt, ist alles gut. Alles so, wie sie sein muss. Ah, komm, ich... Oh, 40 Pressure Plates. Äh, MFE. MFE, MFE, MFE... Könnte das vielleicht sein? Könnte das vielleicht sein? Nein, das habe ich. Könnte das vielleicht möglich sein? Warte, irgendwas Sinnvolles muss ich jetzt tun. Timon, sinnvoll. Spaß. Das sagt der Richtige, das sagt Captain aus dir. Yo, Alter. Oh, scheiße. Ja, Captain ist bei dir, wenn so ein bisschen Luft in der Flasche drin ist, die sich denn so plötzlich ausdehnt. Nee. Das ist gerade passiert, ich hab mich so... Echt? Bist du auch einfach nicht mehr im Bild? Bist du ausgedehnt, oder was? Deswegen trinke ich aus Glasflaschen, weil ich panische Angst vor Luftausdehnungen hab. Ich hab da keine Ahnung, wie man das nennt. Gut zu wissen. Oder auch in Fachsprache genannt Turbulenzen. So, jetzt muss der Boden aufgerufen werden. Muss der Marcel schmunzeln. Wie, was? Das sind schon... Oh, nein! Doch, doch. Das passt schon, Timon. Ich dachte mir so, okay, ich tausche die Goldpipes einfach gegen Cobblestone-Pipes aus. Dadurch wird der Item an Sturm verlangsamt und ich hab wieder genug Zeit. Ja, es sind schon Cobblestone-Pipes. Heißt, die Cobblestone-Pipes sind auch voll. Ne, einmal nachdenken. Mehr verlangen wir ja gar nicht. Können die Cobblestone-Pipes explodieren? Was ist jetzt los? Mein ganzes Haus ist unsichtbar. Können sie nicht, oder? Doch, können sie. Nein. Doch. Oh, nein, und die andere Kiste ist auch voll. Ja, du fragst und dann sagst du mir wieder. Erklär mir mal den Sachverhalt. Bist du Peter Zweigert, oder was? Was ist denn hier los? Was ist denn los hier? What's going up in den Kanal? Oh, nein, und die Kiste ist auch voll. Oh, ey, warum schreit der Pippe immer so? Weil hier gerade alles voll in den Arsch geht, Mann. Luca. Ein Arsch, das ist nicht gut. Das sehe ich aber genauso. Nein, du die andere. Alter, hier sind alle Kisten am rumkotzen, ey. Kotzen ist auch nicht sinnvoll. So, jetzt werden hier aber mal... Ich muss die Quarry erstmal ausmachen. Ich komm hier nicht, ne. Ich muss sie erstmal ausmachen. Mach erstmal ausmachen. Ausmachen, ausmachen, ausmachen. Oha. Mach dir nix draus, wegen Umbauarbeiten ist meine Quarry auch erstmal geschlossen. Hä, was? Ah! Das wollte ich jetzt nicht. Hä, was? Ich hab jetzt 46 Diamanten. Mal sehen, wie lange noch Items kommen. Das war nicht mit Absicht. Ich wusste nicht, dass das so heftig ist, das Zeug. Äh, Jelorium reingetan, oder? Ja. Es kommen nur noch... Beziehungsweise dieses grüne Zeug, was... Wenn du dieses Jelorium zum Block und dann wieder auseinanderfremelst. Scheiße, ey. So. Wie geht's jetzt weiter im Text? So, jetzt müssen wir noch die ganzen Cobblestone-Sachen raus, ey. Könnte theoretisch... Okay, Luca. Ach so, Timo, brauchst du eigentlich noch Quarz? Das Problem ist... Nee, erstmal nicht, danke. Ich hab... Wenn Blockhub hätte ich den, hätte ich mit der Kiste weitergegeben. Ja. Was war? Toll, aber ist zu schwer. Nico war zu ungeduldig. Und zwar, ich hatte die ganze Zeit die Pumpen laufen und halt mit 6 Geothermalgeneratoren und dann eine Pumpe. Was ist eigentlich mit Jan los? Jan, du sagst kaum was. Bist du noch da? Ich bin halt nicht in der Gespräche. Deine Stimme ist weg wegen dem Handballerfolg der deutschen Nationalmannschaft. Echt so. Haben sie verkackt? Nein. Nee. Erfolg, Luca. Ja, verkackt. So was kennt man in Bayern nicht, Timo. Wollen wir nochmal Erfolg googeln? So was kennt man in Bayern nicht. Oh shit. Den hab ich jetzt grad erst realisiert. Boah, jetzt hör auf, ihr Items zu schicken, du Missgeburt. Oh. Ja, es reicht. Also, an der Stelle deiner Query hätte ich jetzt noch mehr Items geschickt. Einfach zum Stressen. Ihr Timo. Ja, das ist einfach... Ey, wenn alle Kisten auf einmal voll sind, weißt du? Weil es ist ja nicht nur, dass eine Kiste voll ist. Nein, es sind immer alle voll. Es ist ja eine Verstopfung, ja. Ja, aber richtig Durchfall... Äh, Verstopfung. Durchfall ist immer noch ein bisschen anders als Verstopfung. Ja, aber es sieht aus wie Durchfall. So wie die Items aus den Kisten droppen. Also es kommt Durchfall etwas näher. Oh, ich glaub, es hat aufgehört. Ne, doch nicht. Dieses Yellow-Zeug ist der Shit, Alter. Ja, ach, was? Soll's keine Drohung nehmen. Jetzt weiß ich auch, warum ihr alle so übertreiben könnt. Ich dachte, das wäre mal so richtig teuer, wenn du da so einen Diamanten machen willst. Du legst einfach aus Versehen so ein halbes Stack von diesem Yellow-Zeug rein. Ja. Und hast schon einen Stack Diamanten. Das ist so krass. Äh. Die Items gehen zurück. Was passiert denn, wenn die zurückgehen? Lol. Ich bin einfach der Boss, Alter. Erstmal zwei in mir für Zeus gecraftet. Ach, die gehen da hin und dann passt es. Okay, gut. Ich glaube, es... Ja, es hat aufgehört. Es ist weniger geworden. Ja, Freunde, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.